So jetzt sind wir hier im Engadin auf dem Corvatsch einer der höchsten Berge hier und das ist der Herr Christian Müller. Christian Müller und du bist der Chef vom Engadin Snow. Ich bin der Organisator des Engadin Snow, des Events hier während der nächsten Tage stattfindet. Und Freeride ist da in einem steilen Gelände bis zu 60 Grad steil fahren ebenfalls Skifahrer und Snowboarder runter. Ah ok, da werden die mit dem Helikopter raufgebracht, das ist da irgendwo, da ganz oben, wo man so die letzten Bergspitzen sieht. Und da sind die besten Freerider der Welt hier am Start, oder? Das ist richtig, wir haben Invitational, also wir laden die Leute ein, das sind 16 Skifahrer und Skifahrer. Plus eins, deswegen bin ich ja heute hier, denn ich mache heute auch mit beim Freeride Contest, und ich mache das schon seit, ich fahre ja auch schon seit 25 Jahren Ski. Bin ich spitz, wenn du mitmachst und wir freuen uns sicher alle, wenn du auch da dieses Face runterfährst. Ja, aber mit Sicherheit, ja. Das wird hart und ich gebe mir größte Mühe. Und wie das die Profis machen, das schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist jetzt die Gondel, die rauf führt auf den Korvatsch. Einen der höchsten Berge hier im Engadin und dann werde ich aus dieser Gondel, durch diese Luke abgeseilt in den Steilhang, wo ich dann meinen Freeriderun starten werde. So, jetzt geht es hier raus, aus der Gondel. Hier, das ist der vereidigte Bergführer, der sagt dafür, dass ich nicht gleich hier abrutsche. Ich habe hier so ein Gestell an, ja. Okay, dann brauche ich jetzt noch den Helm. Da will ich mir nicht klopfen und stößeln. Ja, super. So, dann werde ich den Freerider mal zeigen, was ein Freeride ist. So, Luke auf. Holla. Wie viele sind das? Wie viele Meter? Das sind ja mindestens mal 300 Meter, oder? Ja, 20, ne? 320. Okay, adios, muchachos. So, ich muss noch ein bisschen Pünn machen. Elton wäre ich ja nicht durchgekommen. So. Langsam, 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 langsam. Alles klar? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, gleich sind wir da. So, ich bin der Stefan. Ja, ich bin der Frisch, der Frisch, der Frisch, der Frischstian. So, ich mach mal los wieder, oder? Der Frischstian macht los. Ja, jetzt sind wir hier auf knapp 3000 Meter und gleich werden wir mal den Ski anschnallen und dann geht's bergab. Okay, wo starte ich denn am besten? Wir starten von da da oben, bei den Fahnen. Ah, bei den Fahnen? Ja. Da muss ich jetzt rauf, zu Fuß? Ja, da gehen wir zwei. Ach du lieber Gott. Und du trägst aber die Ski, ne? Ja. Sehr gut. Boah, mein Gott, dünn die Luft hier oben. Hier fängt schon aus der Puste. Ja, hier war der. So, da geht's jetzt los. Da runter geht's. Hier. Ein bisschen Style, 60% Steigung. Ja, dann geht's mal los. Achtung. Und. Ja. Da bin ich ja endlich. Ich habe ja gebraucht heute, oder? Ja. 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 Ich I'll go sit and I'll tell you about.